Willkommen zu einem neuen Video von Vector Welding. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Fußpedal anschließen und für den Erstbetrieb kalibrieren. Schalten Sie dazu Ihr Schweißgerät ein. Bevor das Fußpedal angeschlossen werden kann, drehen Sie alle Werte im Untermenü auf den kleinsten Wert. Stellen Sie das Fußpedal auf den Maximalwert Stufe 10 ein und schließen nun das Kabel an Ihr Schweißgerät an. Achten Sie beim Anschließen auf die Führungsnase vom Stecker. Wenn Sie das Gerät danach aus- und wieder einschalten, wird das Fußpedal vom Gerät erkannt und es leuchtet im Display die Anzeige für Remote. Im Display wird Ihnen der Schweißstrom angezeigt. Sollte der Wert höher als 10 Ampere sein, muss das Pedal vor der ersten Benutzung kalibriert werden. Dazu betätigen Sie den Schalter unter dem Pedal und halten diesen gedrückt. Währenddessen drücken Sie das Pedal bis zum Anschlag durch. Am tiefsten Punkt lassen Sie erst den Schalter los und danach entlasten Sie das Fußpedal. Im Display wird Ihnen nun der Schweißstrom von 10 Ampere angezeigt. Nun können Sie Ihr Schweißgerät je nach Anwendung einstellen und über das Fußpedal bedienen. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie uns einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!